Die standardisierte Wohnungsmodernisierung der Senft GmbH – ein deutschlandweites, tausendfach bewährtes Erfolgsrezept. Eine Wohnungsmodernisierung besteht aus sieben bis acht handwerklichen Gewerken, die durch unsere Architekten und Bauingenieure stundengenau geplant werden. Durch diese maßgeschneiderte Planung entstehen keine Ausfallzeiten auf den Baustellen. Alle Handwerker werden koordiniert eingesetzt. Ein reibungsloser Übergang der Gewerke ohne Ausfallzeiten garantiert, dass eine 70 bis 80 Quadratmeter Wohnung innerhalb von drei bis vier Wochen vollständig modernisiert an den Kunden übergeben wird. In den TGA-Bereichen Heizung, Sanitär, Elektrotechnik hat die Senft GmbH eigens dafür entwickelte Module so vorgefertigt, dass eine Zeitersparnis der Modernisierung von mindestens einer Woche erreicht wird. Die Vorteile liegen auf der Hand. Eine schnelle Neuvermietung, zufriedene Mieter und Nachbarn, 100% kalkulierte Baukostensicherheit, und mehr freie Kapazitäten durch eine Komplettübernahme aller Leistungen. Mit mehr als 16.000 sanierten Wohnungen gehört die Senft GmbH zu den erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland. Unser Motto – Wohnen muss bezahlbar sein.